wenn sie ein b2b unternehmen sind dann ist dieses video für sie denn dann stehen sie wahrscheinlich vor dem problem wie sie kontinuierlich dauerhaft gezielte potenzielle kunden ansprechen können und dabei nicht tausende von euro für google werbung oder e mail marketing ausgeben sondern das mit relativ einfachen mitteln skalierbar und sehr effizient machen können und da kommt linkedin ins spiel denn auf linkedin sind mittlerweile 560 millionen mehr als 560 millionen menschen unterwegs und fast alle diese menschen sind dort weil sie aktiv nach neuen geschäftlichen kontakten suchen und das können wir mit dieser dienstleistung mit dieser methode uns zunutze machen und ihnen dazu verhelfen dass sie täglich dutzende bis zu 100 sehr gezielte unternehmen ansprechpartner in unternehmen ansprechen um für ihr geschäft neukunden zu akquirieren ich zeige ihnen das hier mal in einem screenshot um zu zeigen dass sie auf linkedin wirklich alle finden ich habe jetzt hier mal eine suche gestartet und die abfotografiert nach geschäftsführern von mittelständischen unternehmen also hier zwischen 200 und 500 mitarbeiter in deutschland und sie sehen die sind alle da sind teilweise auch marken dabei die man in der größe schon kennt und sie sehen das sind hier wirklich die geschäftsführer die auch das sehen sie an den bildern auf linkedin aktiv sind die sie dort gezielt ansprechen können und die ihnen auch wenn sie das richtig tun antworten werden und mit denen sie ins gespräch kommen können so nun das ist die möglichkeit wie können wir das konkret umsetzen denn sie sind schon hier dass eine relativ kleine liste 219 personen sind da drauf die möchte ich nicht und wahrscheinlich sie auch nicht alle händisch anschreiben das wäre nicht mehr effizient deswegen nutzen wir dazu ein schlaues automatisierungs tool zeige ich ihnen hier mal folgendermaßen dort können wir die kontakte rein laden und dann können wir ebenso eine nachrichten folge dort hinein laden und da haben wir wirklich mittlerweile viel erfahrung gesammelt über alle branchen hinweg aus der heraus wir wissen welche nachrichten folgen welche art von kontaktaufnahme auf linkedin wirklich funktionieren denn die spielregeln sind da etwas anders als auf anderen sozialen netzwerken als beispielsweise bei der ansprache per e mail oder bei der kundengewinnung durch google da muss man anderen regeln folgen das haben wir lange genug getestet dafür sind wir lange genug im geschäft und können da gute ergebnisse vorweisen da zeige ich ihnen gleich noch zahlen zu aber wenn wir eben diese kontakte hier reingeladen haben und auch dann die nachrichten folgen hier reingegeben haben dann können wir wirklich eine große zahl von leuten täglich kontaktieren sie sehen dass hier hier ist das tool gerade auf 80 gestellt typischerweise fangen wir je nach alter und stand ihres linkedin profils bei 50 bis 70 anfragen pro tag an arbeiten uns dann hoch auf bis zu 100 anfragen das sehen sie hier das ist für linkedin okay das geht und ist nicht bedenklich und dann können sie eben auf lange sich gesehen jeden einzelnen tag der woche 100 leute auf linkedin anschreiben und herausfinden ob diese daran interessiert sind ihre produkte ihre dienstleistung zu kaufen mehr über ihre firma zu erfahren einen geschäftlichen kontakt aufzubauen und das geht auch rund um die uhr da habe ich eben von zahlen geredet die möchte ich ihn kurz hier zeigen hier sehen sie aus einem aus einer beispielhaften kampagne dieser ein wochen läuft da wurden 4794 leute kontaktiert 1931 davon haben diese kontaktanfrage angenommen und 439 davon haben auf diese kontaktanfrage geantwortet wenn sie dann diese radie vergleichen also 1931 zu 4749 da kommen sie auf knapp 40 prozent der menschen die unsere kontaktanfrage angenommen haben und wenn sie das dann noch mal in relation setzen diese 439 zu den 4749 dann kommen sie auf fast zehn prozent eine antwortrate von fast zehn prozent das ist in anderen kanälen da kann man nur von träumen beispielsweise im e mail marketing wenn sie da über zwei zwei drei prozent antwortrate kommen auf einer skalierten kampagne nicht wenn sie zehn e mails am tag schicken aber wenn sie 100 schicken und in einer woche eben 700 oder mehr da neun oder zehn prozent zu erreichen ist fast unmöglich das geht mit dieser methode das geht mit linkedin und da zeige ich ihnen noch schnell wie das dann aussieht sehr intuitiv wie in einem e mail postfach kommen dann die ganzen antworten rein hier sehen sie noch etwas über die person und sie sehen hier die ganzen nachrichten von anderen personen und können dann hier in diesem chat fenster direkt antworten oder auch die person beispielsweise als lied markieren als follow up markieren und so eben effizient durch diese nachrichtenflut die auf sie hereinbrechen wird im positiven sinne hindurchgehen dass die methode das ist die möglichkeit die hier besteht bei fragen kommen sie gerne auf uns zu sei es zu den paketen sei es zu der methode an sich wir freuen uns und ich danke auch für ihre aufmerksamkeit